Und jetzt kommt noch eine mögliche Version, um in einem Damenhalstuch rechts anzukommen. Da gibt es so viele verschiedene Versionen. Das ist eine von vielen, eine gute Einsteigerversion. So, ihr seht jetzt hier erstmal nur das Eindrehen. Das sollte man vorher üben, damit man überhaupt weiß, wo die Frau hin muss und was die Arme machen sollen. Dann tanzt man das tatsächlich am aller allerbesten aus der Windmill. Dafür muss man aber Spaß an der Windmill haben und sie muss funktionieren. Jawohl. Und dann ist das tatsächlich eine sehr schöne Version, um im Halstuch zu landen. Hier nochmal. Aber Achtung mit dem Rucksack und vorher dem Elefanten und dann der etwas intensiveren Drehung für ihn. Hier das Ganze nochmal. Halstuch, Elefant, Rucksack, seine schöne Drehung, Hände tauschen. Hier das Ganze Third